Also, es hat ja gestern nicht richtig geschossen und ich, erst mal, hallo, ich bin Brigitte da und deswegen will ich es nochmal zeigen und ich zeige es jetzt. Ich habe aber drei Versuche, weil wenn der jetzt nicht schießt, dann möchte ich nochmal gerne versuchen, ich möchte es euch richtig zeigen. Da! Ich möchte es euch richtig zeigen und deswegen mache ich das so lange, wenn ich es geschafft habe. Tschüss!